Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Lara hält sich gerade hier noch ihren Arm fest. Ihr geht's ja auch nicht mehr so gut, aber sie hat ja auch schon einiges durchgemacht jetzt die ganze Zeit. Wann wird das wohl endlich enden? Sie tut mir schon wirklich sehr, sehr leid. Sie sieht auch so ramponiert aus. Ihr ganzes Oberteil ist zerrupft. Und die Hose auch, sehe ich gerade. Da hat sie ein riesiges Loch drin. Ja, das sah am Anfang auf jeden Fall noch nicht so aus, aber finde ich cool, wie daran gedacht wurde, dass auch die Klamotten immer weiter aufreißen und so weiter. So, hier ist nämlich noch ein geheimes Grab und wir haben aber auch woanders dann noch eins. Oder, was heißt geheimes Grab? Auf jeden Fall eine Stelle, wo wir noch nicht hingekommen sind. Gucken wir mal rein. Zap. Oh. Vielen Dank. Und ansonsten können wir jetzt dort hoch. Das macht bestimmt voll Spaß. Oh. Hi, Leute. Sehen die mich nicht? Praktisch. Hier ist auch noch ein Lager, sehe ich gerade. Leise in den Rücken. Sie haben noch nichts gemerkt, deswegen werden wir hier die Pistole nehmen. Ist sie jetzt mit Schalldämpfer? Jetzt ist sie mit Schalldämpfer. Oh. Äh, bringt der trotzdem nicht so viel? Du hältst viel zu viel aus, mein Freund. Viel zu viel. So. Schon besser. Okay. Das Lagerfeuer bringt uns hier gerade mal nichts. Was gibt's denn hier Schönes bei euch? Habt ihr hier irgendwas bewacht? Nee, ich glaub nicht. Oh. Oh Gott, oh Gott. Cooler Ansicht gerade. Okay. Und wir sind wieder am Strand. Sehr schön. Nein. Nein, Lara. Ich wollte erst zu dem Grab. Du. Ich sag das Wort jetzt nicht. Lara. Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, Jess. Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Wo er recht hat? Nur wer satt ist, behält seine Seele. Hm. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in sie stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott. Das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles. Was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich geh nicht ohne dich. Ach man. Das ist aber süß, dass sie nicht ohne mich geht. Ja. Sobald wir bereit sind. Aber ich bin nicht bereit. Denn ich möchte jetzt gerne mal da unten frei. Denn hier ist das geheime Grab. Und ich möchte mal irgendwas... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte mal irgendwas probieren. Geht das jetzt vielleicht? Nö. Egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier reingehen. Ich freue mich, dass wir doch noch dazu kommen. Ich glaube, das waren dann auch alle Stellen, in die wir nicht reingekommen sind. So. Per. Ist das, äh... Jetzt hier alles? Nee. Da unten geht's noch tiefer rein. Ich dachte schon, irgendwie, ähm... Das wäre jetzt ja nicht ganz so berauschend gewesen. Ja, gute Idee, Lara. Es ist wirklich ein bisschen dunkel hier drin. Ich bin ja mal gespannt, ob wir was Schönes finden. Aber ich denke schon. Mhm. Oh. Cool, was sich hier noch so unterirdisch befindet. Hätte ich ja nicht gedacht. Das hat schon was. Das Ding hätten wir echt schon von Anfang an haben müssen. Das, ja... Hätte so viel Zeit gespart. Geocache? Geocache? Nein. Keiner. Ja, man weiß ja nie, was man hier so finden könnte. Aber hier haben wir nichts. Das ist auf jeden Fall sehr einsam hier unten, aber trotzdem war hier schon jemand, weil hier liegen Flaschen, hier hängt eine Fackel. Mal schauen. Vielleicht treffen wir doch noch irgendjemanden. Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Tempel der Dienstmädchen? Aha. Ja, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, aber das sieht schon wieder so ein bisschen... ...ein kleines bisschen nach Rätsel-Action aus. Ein kleines bisschen sehr. Äh, ja. Ich gucke erstmal nochmal weiter. Ähm. Und da schwimmt sie weg. Nein! Ich... Nein! Ja! Wow! Damit hätte ich jetzt noch nicht gerechnet, dass das wirklich klappt. So, können wir den jetzt irgendwie ranziehen oder so? Dass sich das dreht? Höh! Wow! Schwingen! Sollen wir irgendwas anzünden? Oder ist das einfach nur so? Nein, klar! Fische! Eine Art Fischerei. Ah, theoretisch. Ah, okay. Jetzt ist er einmal rum. Hm. Kann man das denn so... Oder soll man das anschließen, dass da irgendwas explodiert und brennt? Ach, ne. Haben wir auch das schon. Wir müssen auf jeden Fall da rüber. Kommen wir hier so schon hoch? Nein. Okay, das hab ich mir fast gedacht. Gott, das ist mir schon wieder viel zu viel Rätzelei hier. Hm. Hm. Okay. Ich versuch's einfach nochmal. Aber ich denke schon, theoretisch, dass man den hier zuerst machen muss. Ja, und da muss man wahrscheinlich einfach nur sehr, sehr schnell sein. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte's mir halt vorstellen. So, schnell, Lara. So. Hm, dann zack. Und hier... Ja, bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Was das genau bringen soll. Wir werden hier nicht noch ein. Können wir vielleicht... Jetzt... Oh Gott! Ich weiß nicht, ob das so richtig und gewollt war, aber es war auf jeden Fall sehr knapp und... Rettung in letzter Millisekunde. Wahrscheinlich. Aha, aha. Auf jeden Fall haben wir's geschafft und sind hier am Ziel. Ja, da geht Lara direkt einer ab. Ich kann meinen Fähigkeitspunkt bekommen. Juhu! Ähm. Ja, cool. Ich freue mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Relativ. Und dass wir auch dieses Grab jetzt hier erforschen konnten. Dann können wir eigentlich im Grunde... gleich, äh, den neu dazugewonnenen Fähigkeitspunkt noch am Lager einsetzen. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann, äh... Toll, Lara. Toll. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du hier nicht hochkommst. Sehr gut. Ähm, ja. Und dann sind wir eigentlich auch bereit, eigentlich weiterzumachen, würde ich mal sagen. Aber, ja, wenn wir den Punkt schon haben, dann kann man sich den auf jeden Fall gönnen. Die Karte wurde auch wieder aktualisiert, alles klar. So. Das wäre geschafft. Äh, ja, wir klettern gleich. Erstmal... Wie gesagt, möchte ich gerne den Punkt noch verteilen. Das lagert man hier. Sehr schön. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit Land einwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Messias ausgerechnet Zen wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Ja, auf jeden Fall, ähm... ...ist es sehr süß, wie Lara immer wieder Selbstgespräche führt. Ich denke, ich werde jetzt noch hier... ...Gewerkspferde machen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Die benutze ich ja auch öfter mal. Und dann ist mir gerade aufgefallen, es gibt jetzt hier schnelle Reise. Das ist auch neu. Das gab es vorher nicht. Oh Gott, haben wir schon viele Lager hier. Okay, wir haben keins zu 100% gemeistert. Im Gegenteil. Die sind alle ziemlich erbärmlich bisher gemeistert. Aber, ja, ich glaube, wenn ich hier überall 100% machen würde, das würde ein bisschen das Let's Face sprengen. Das werde ich, denke ich, mal nicht tun. Im Vergleich zu Mass Effect Andromeda, da werde ich das schon versuchen. Aber hier eher nicht so. Ja, wir haben auch wieder ein bisschen Bergungsgut. Was können wir denn hier noch skillen? Handfeuerwaffe. Salbenmodus, ja, wäre auch ganz schön, aber das reicht noch nicht. Wir könnten das nehmen. Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Oder Magazin ist leichter einzulegen, wodurch die Nachleidezeit verringert wird. Oder Modifikation am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Aha, Rückstoßverringerung haben wir auch noch. Ich würde sagen, ich möchte gerne den Schaden erhöhen. So oft benutzen wir die Pistole ja eigentlich auch nicht. Ja, und mit dieser ganzen Skillung sind wir jetzt eigentlich bereit, das nächste Mal dort hinten entlang zu klettern. Und dann werden wir mal schauen, was alles noch so passieren wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.